Oh, guten Tag. Ich hab gedacht, ich besuch hier mal jemanden, der einsam und alleine durch die Mine läuft. Also einsam bin ich gar nicht, weil die ganzen Zombies besuchen mich ständig. Ja, wenn ihr da jetzt in der Mine seid, dann logge ich mich jetzt kurz aus und geh mir nen Döner holen. Pau. Hast du auch was haben, Schatz? Ich weiß es nicht. Ja, oder nein. Hol mal ne Karte von denen, dann können wir mal zusammen gucken. Ich renne da nicht zweimal rüber, ne. Können wir da nicht anrufen und uns am Telefon einfach die gesamte Karte durchgeben lassen? Warte doch mal, wir haben doch Internet. Hallo? Was, die sind im Internet? Keine Ahnung, Laguna Grill. Wir hatten übrigens, ähm, ne Speisekarte gestern im Briefkasten von nem... im Bistimachen Burger. Oh, Burger gehen immer. Außer diese von Maccas. Äh. Na, ich muss aber sagen, auch Maccas hat leckere Burger, nur gesund sind sie halt nicht. Die sind ja so gekünstelt, ja. Ja. Lecker sind die schon, leider. Laguna Grill. Ne, das ist er ja gar nicht. Holzgasse, Bad Münstereifel. Bist du doof? Haha, wie bist du doof? Ja. Ihr Hof? Wääh? Ich bin halb, oder ich keine Pflastersteine mehr brauche, ne? Ja. Und ich bin etwas traurig, weil langsam aber sicher füllen sich meine ganzen Doppelrucksäcke mit Pflastersteinen. Ich möchte sie nicht haben, nicht in den Mengen. Da kannst du da auch ne äh... Portal bauen. Habe ich ja vor, aber... Ich werde noch ein wenig sparen müssen dafür. Ja, du brauchst um die 10.000 Pflastersteine. Okay. Also ähm... Im Internet sind die leider nicht, Schatzi. Komm doch einfach mit rübergucken. Die Prioritäten für mich. Hast du da Pech gehabt, dann bringe ich dir nichts mit. Ich hab irgendwas mit... Ich steck dir was ins Loch verstanden. Ich möchte nicht weiterhören. Ja. Diese Lache, ey. Genau das hab ich gesagt. Wow! Ist dein Loch gefallen. Scheiße. Das sagte der Mann. Ja. Da war das Loch. Ich hab das aber auch echt nicht gesehen, ey. Das hat mir ne Falle gestellt. Vielleicht. Das ist aber auch hundsgemein manchmal, ey. Was? Mich mit nem Fisch schlagen. Das... Das ist Quatsch. Das würd ich nie tun. Ja. Oh, wie dieser Hammer einfach abgeht in diesem Speckstein. Sag dir der Mann. Was? Oh, Kai. Meine Rucksäcke sind schon wieder vor. Schmeiß mal in Lava, dann hast du irgendwie ein Problem weniger. Ne, ich bin jemand... Ich bin wie so ein Messi bei Minecraft. Ich muss alles gebrauchen irgendwie. Ja. Vor allem gebrauchen. Ja. Ne, so, ich logg mich mal eben aus. Will ich mal gucken, was die da drüben so schönes im Angebot haben. Scheiße, kommst du jetzt mit oder nicht? Ne. Willst du jetzt nix haben oder wat? Bring mir irgendwas mit. Ne, ich bring dir nicht irgendwas mit. Ich weiß nämlich ganz genau, dann isst es nicht. Holst du dir nur nen Döner? Weiß ich noch nicht. Vielleicht hole ich nur ne Pizza. Weiß ich noch nicht. Wenn die ne Pizza haben, bringst du mir ne Pizza mit? Mit? Oh, Diamanten. Ah, ne, doch nicht. Das ist dieses scheiß Kupfererz. Das sieht ähnlich aus, ne? Ja. Ich hasse Kupfererz. Okay, mag jetzt gebrauchen, aber ich hasse es, weil das wie Diamanten aussieht. Okay, so. Sonst auch alles komplett? Ne. Und Tzatziki natürlich, ne? Ne. Man muss ja ordentlich stinken. Ja, das tut der mit den Zwiebeln schon. Ja, wenn die Cocktail-Sauce haben, ne? Ja. 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 Ja, das tut der mit den Zwiebeln schon. Ja. Ja. Schoen-Fisch. Salaa-Miii-Kön. Hört sich gut an, zweimal bitte. Doppelt Käse. Wohin soll die gehen? Ne, 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 ne. Dann musst du dir die schon holen, komm. Ich bring nirgendwo was hin. Liefern die nicht? Die sind direkt hier gegenüber, Frau. Ich lass mir nix liefern. Einmal bitte zwei Häuser weiter, die klauen auch nicht. Ja, ist klar, so bis gleich. Hast du deren Service gehört? Ja, bestimmt. Wir sagen einfach, wir sollen eine noch weiter reichen und die sollen die bitte dahin bringen. Fertig. Ja, ist so. Okay, mein Rucksack ist voll, aber das ist diesmal zumindest der Rucksack mit den wertvollen Dingen. Und das ist schön. So, ist das okay, wie der hier ein riesiges Arial freigedeckt. Ja, und es kommt jetzt noch mehr dazu. So, gerade mal meinen Hammer reparieren. Ich würde mir auch gerne eine viel stärkere Spitzhacke bauen. Aber ich habe mit diesem Tinkers Construct hier keine Ahnung, ich habe schon jede Menge Teile davon. Hm, okay. Muss ich vielleicht mal googeln, was da eventuell sinnvoll ist und was nicht. Ja, ich glaube fast, dass ich mir ein kleines Heftchen anlege. Fingensweise, ach nee, Robert ist weg, ne? Ich frage gleich mal Robert, der wird ja auch langsam zum Lexikon. Ja, aber langsam. Aber zum Glück holt ihr das richtige Lexikon ab. Stimmt, da habe ich eigentlich Glück. Rucksäcken, das ist schon mega geil, das freut mich tierisch, ne? Versuch doch mal die Kisten mitzunehmen. Wie meinst du die Kisten mitzunehmen? Die Kisten komplett voll machst du, dann hast du einen kompletten Rucksack, nur mit diesen Kisten voll. Weißt du, wie viel es darfst du dann hast? Ja, das Problem ist, was ich sehe, wenn ich noch halb agil sein will, was das Herdpacken angeht, dann kann ich mit diesen Kisten nicht arbeiten, das nimmt so viel Zeit weg. Ich habe ja jetzt schon Probleme, wenn ich meine einigen Sachen ausgepackt habe und meine Kampfsache weggepackt habe, die noch schnell auszupacken, wenn hier ein Viech kommt. Okay. Ah, nicht schlecht. So. Ich habe wieder eine Stunde aufgenommen, Alter, geht das schnell vorbei. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz. Okay, die Türe vom Lagerhaus ist offen, Zombies kommt rein, Dankeschön. So, Sekunde.